Ja moin zusammen, super, dass ihr auf den Sonntag wieder dabei seid. Reiz rettet uns den Punkt, was fehlt Gladbach aktuell und Seohane ist ein bisschen sprachlos und es ist der dritte Advent, wir wollen ein bisschen besinnlich sein und es sind nur noch 20 Abos bis 16.000. Das werden wir noch schaffen, also lasst gerne einen kostenlosen Abo und einen Daumen nach oben da. Und jetzt starten wir rein mit der Spielanalyse. Ich bin zurück aus Gladbach, wieder in meinem gewohnten Studio und ich habe mir das Spiel gerade nochmal angeguckt. Im Stadion war ich etwas kritischer zu dem Spiel. Ich glaube, grundsätzlich haben wir ein gutes Spiel gemacht. Also es liegt auch nicht an Mentalität, finde ich. Ich finde auch, wir haben eine sehr, sehr geile Truppe, wo du merkst, die haben Bock, Fußball zu spielen, wo das, glaube ich, auch passt in der Truppe, die alles für die Raute geben. Das will ich denen nicht vorwerfen. Trotzdem, beim Spiel hast du halt, du kommst unheimlich schwach in die Partie. Die ersten 20 Minuten waren aus meiner Sicht nicht Borussia-like und das war auch so nicht gewollt. Das hat Seohan auch auf der PK gesagt. Du standest unheimlich tief, hast Bremen kommen lassen im eigenen Stadion. Ja, und dann fängst du dir halt ein ganz, ganz billiges Tor. Beide Tore waren sehr billig. Also eine Halbfeldflanke, die Kone, glaube ich, nicht aggressiv anläuft, wo er frei reinflanken kann. Und dann pennen halt Skelly und Honorar. Wer dann für den Bore zuständig ist, wahrscheinlich eher Skelly, steht komplett blank und schiebt ihn ein. Und absolut verdiente Führung für Bremen. Du kannst froh sein, dass es dann nicht 2-0 stand. Zu dem Zeitpunkt, ja, und dann kennst du dich immer mehr in die Partie. Weigel gewinnt dann den Ball. Ein paar Sekunden vor dem 1-1 oder mehrere Sekunden vor dem 1-1. Und dann macht es hack, überragend. Und dann steht es 1-1 kurz vor der Pause. Du hast es aber trotzdem noch, Plea hatte noch einige Chancen, der sehr, sehr gut mit Honorar kombiniert hat über die Seite. Grundsätzlich war es dann gut. Also von der, ich sag mal, von der 25. Minute bis 60. 70. hast du halt wieder eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Dann kommst du aus der Kabine wie die Feuerwehr. Kone schießt den Ball direkt an den Pfosten. Plea im Nachschuss. Dann machst du überragend das 2-1, wo Luca Netz eine sehr, sehr gute Aktion mit dem Plea hat im Doppelpass. Netz spielt ihn direkt durch auf Hack. Der legt ihn ab. Und Rocco Reitz, wie im bester Messi vom Niederrhein-Manier, nicht direkt blind draufgeschossen, sondern hat noch die Ruhe, lässt einen aussteigen, schiebt ihn rein. Und das ist halt Rocco Reitz aktuell. In der wahnsinnigen Form, wie kalt der da vom Tor ist. Das ist längst nicht jeder. Ja, und dann hast du sogar noch das 3-1 von Alassane Plea auf dem Fuß. Und dann musst du das auch mal in der Phase machen und das Spiel dann nach Hause fahren. Weil 2-1 kannst du dir halt immer einfangen. Wirst dann wieder ein bisschen passiver. Ja, und dann muss man sagen, wieder eine billige Halbfeldflanke, die nicht so wirklich angelaufen wird. Abgefälscht von Rocco Reitz' Rücken. Gut, dann ist Niko Ivedi so ein bisschen aus der Partie. Trotzdem sieht seine Körpersprache da unglücklich aus. Ja, und Wöber schaltet halt komplett ab. Und Nikolas hätte eigentlich auch rauskommen müssen. Das geht so ein bisschen, würde ich sagen, auf Nikolas schon eher. Weil wenn er rauskommt, kann er ihn easy haben und easy ablaufen. Und Wöber schaltet dann auch komplett ab, was du in der Szene eigentlich auch nicht machen darfst. Du musst zumindest deinen Gegenspieler stören. Justin Jimner und Dux schiebt ihn dann halt rein. Ja, und dann hast du halt viel gewechselt. Ich konnte die Wechsel auch nicht komplett nachvollziehen. Den Player dann rauszunehmen für den Borges Sanchez. Klar soll man den Jungs die Chance geben. Aber Player ist halt der Einzige, der nochmal so einen Überraschungsmoment hat und nochmal ein Tor machen kann. Grundsätzlich, ja, haben wir einen Punkt. Fühlt sich heute immer noch an wie zwei verlorene Punkte, definitiv. Also wie ein verlorenes Spiel. Ja, aber ich würde sagen, wir kommen zur Einzelbewertung. Ja, wie gesagt, Nikolas, bitter. Also grundsätzlich wieder solide Partie, aber beim 2-2, das geht halt auf seine Kappe. Das muss man einfach so sagen. Ja, wenn du als Torwart halt einen Fehler machst, dann ist es halt wahrscheinlich keine 3 mehr, sondern eher eine 4. Aber ansonsten halt wieder solide gespielt von Nikolas. Das ist jetzt auch so der erste Fehler, den ich, seit er spielt, so der erste klare Fehler von ihm. Passiert, nicht wild, Mund abwischen, weitermachen. Ja, Joe Skelly hat eigentlich auch keine schlechte Partie gemacht, aber beim 1-0 pennte er halt total mit Honorar in Kombination da hinten drin. Also so frei kann halt niemand im 16er zum Schuss kommen. Ja, er war bemüht. Er spielt ja halt auch den dritten Innenverteidiger. Und er muss nicht viel offensiv machen, hat aber trotzdem schon dann irgendwo solide verteidigt. Aber ja, es ist halt mal wieder so ein Fehler, so ein Bock, den du dir nicht leisten darfst. Und dann ist es für mich eine 4. Nico Elveni war der beste Innenverteidiger trotzdem. Nico Elveni war aus meiner Sicht schon der beste Innenverteidiger. Er hat auch einmal noch wichtig geklärt vor Dux. Sonst hätte es noch dunkler ausgesehen. Ich würde Nico Elveni eine 3 plus geben. Wöber habe ich im Stadion sehr, sehr kritisch gesehen. Auch gerade in dem Nachbericht, also in dem Real-Life-Spiel auch kritisch, aber nicht mehr so kritisch. Also er hatte schon viele, viele unglückliche Bälle. Beim 2-2 sieht er natürlich auch gar nicht gut aus. Aber ich habe ihn im Stadion noch schlechter gesehen. Ich würde ihm mal eine 4 minus geben. Aber für Wöber war in dem Spiel schon so ein kleiner Unsicherheitsfaktor. Ich weiß nicht, ob es noch an seiner Erkrankung liegt, die er hatte. Aber das war mit einer der schwächsten Spiele von Wöber für unsere Borussia. Ich glaube, das muss man so sagen. Lucanetz ist ein weiterer Schritt, glaube ich, schon in seiner Entwicklung. Er hat über seine Seite grundsätzlich nichts anbrennen lassen. Er ist kein Tor drüber gefallen. Und ja, am 2-1 maßgeblich beteiligt mit seiner Einzelaktion. Und deswegen, also mit Lucanetz bin ich sehr, sehr zufrieden. 3 plus. Manu Kone, ja, Manu Kone brauchen wir halt. Der ist offensiv stark. Der kreiert Aktionen. Klar ist sein Spiel immer gefährlich, aber macht uns halt unberechenbar. Auch gestern. Wie leicht der manchmal Gegner aussteigen lässt. Das ist eine Augenweide aus meiner Sicht. Und da würde ich ihm eine 3 geben. Hat halt, ja, so ein bisschen das Tor oder die Torvorlage gefehlt. Und Rocco Reiz, ich glaube, über den Mann ist alles gesagt. Wie cool der vor dem Tor bleibt, gerade beim 2-1. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und damit hat er uns halt den Punkt gerettet. Viele hätten dann beim 2-1, wo Hack den Ball rüberlegt, einfach draufgezogen. Er lässt ihn nochmal easy aussteigen und schiebt ihn dann überlegt rein. Und ich will das fast nicht aufmachen. Aber wenn der Junge so weiterspielt, ist das für mich ein klarer EM-Fahrer. Absolut, definitiv. Und dann ist es eine 1. Klar, er hatte auch Ballverluste. Das muss man schon sagen. Aber ja, ich bleibe bei einer 1. Jule Weigel habe ich gerade übersprungen. Tatsächlich war auffällig, dass Jule Weigel, ich glaube, das war in den anderen Spielen nicht so, ist als, wenn wir nicht im Ballbesitz waren, ist Jule Weigel quasi als erster Verteidiger draufgepresst. Also nach den beiden Stürmern. War am 1-1 mitbeteiligt durch einen sehr, sehr guten Ballgewinn. Hatte grundsätzlich auch viele Ballgewinne. Gutes Passspiel hat er gehabt. Habe ich gerade im Nachhinein nochmal geguckt. Ja, er holt sich so ein bisschen unglücklich die vierte gelbe Karte ab. Ich glaube, er hat das Gefühl, dass er vorher gefoult wird und checkt ihn dann vor dem 16er weg. Dann hat er eine vierte gelbe Karte bekommen. Aber unser Capitano ist halt aus meiner Sicht ein absoluter Stabilisator. Und ein ganz, ganz toller Mensch. Also ich habe ihn mal kennengelernt. Gestern am Borussia-Park. Also ich habe selten, selten so einen sympathischen und auch aufmerksamen Menschen kennengelernt. Das mal dazu. Ja, ist für mich in der Drei absolutes Vorbild. Definitiv. Ganz, ganz toller Typ. Honorar. Ja, sieht halt auch beim 1-0 schlecht aus. Da muss man auch noch gleich über die Dreierkette sprechen. Aber grundsätzlich ist Honorar ein Top-Einkauf, finde ich. So viele Flanken, wie der schlägt. So viele Torverlagen, wie er macht. Wie er sich auch manchmal im 1-to-1 mit seiner Geschwindigkeit durchsetzt. Hat er halt gestern ein bisschen Pech, dass seine Flanken nicht verwertet worden sind. Aber ja, ich gebe ihm trotzdem eine 2-Minus, weil er wirklich sehr, sehr bemüht war. Ein Player hatte einfach Pech im Abschluss. Hatte das 3-1 auf dem Fuß. Geht so ein Stück am Pfosten vorbei. Ist dann in so einem Spiel so. Und dann ist es halt eine 3. Und du musst, wenn das 2-1 machst, brauchen wir das 3-1. Weil sonst kennen wir unsere Borussia. Dann scheppert es gerne nochmal. Und ja, so ist es dann passiert. Und Robin Hack in der Position, die er nicht gewohnt ist, vorne drin in der Spitze, ist es für mich eine 2-Minus. Also auch, wie er die Vorlagen macht, das ist schon erste Sahne. Gerade das 1-1, wie er sich da durchsetzt, durchkämpft, Ball rüberlegt, ist top. 2-Minus würde ich da geben. Oder sogar eine 2. Also ich würde ihm eine 2 geben. Er war sehr, sehr bemüht. Hat mir deutlich besser gefallen da vorne drin als in Gummo. Und dann würde ich ihm eine 2 geben. Trotzdem bleibt, ganz, ganz bittere Pille. Fühlt sich an wie eine Niederlage, definitiv. Ja, Einwechslung. Hat so, wie gesagt, die Player-Auswechslung habe ich nicht verstanden. Hat so ein bisschen den Rhythmus rausgebracht. Kramer hat dann noch Rot bekommen, die zurückgenommen wurde. War halt keine Rote. Aber grundsätzlich, ich bin mit der Leistung zufrieden. Grundsätzlich. Die ersten 20 Minuten waren Müll. Und dann bist du halt, ja, du schaffst es halt nur, gute 45 Minuten zu spielen. Das war von der, sagen wir mal, 25. bis 60. 70. Da hast du sehr, sehr gut gespielt. Ja, und dann hattest du wieder einen Bruch drin. Und wenn wir es schaffen wollen, weiter oben uns einzuspielen, musst du halt konstant Leistung bringen. Über 90 Minuten. Da sind wir noch nicht. Hoffentlich kommen wir da demnächst hin. Und ja, mit einem Blick auf die Tabelle, mit 17 Punkten, ist einfach zu wenig. Wenn wir uns angucken, wie viele Führungen, x Führungen wir verspielt haben, wäre deutlich, deutlich mehr drin gewesen. Punktetechnisch jetzt, da wo wir stehen, nach 15 Spielteilen, dann wärst du easy, hättest du die Möglichkeit gehabt, auch auf Platz 7 oder noch höher zu stehen. Das wäre ohne jede Frage drin gewesen, wenn ihr an die Spiele denkt. In Darmstadt, wo du es einfach, wo du es dir durch die erste Halbzeit verkackst. Augsburg. Ja, in Dortmund. Das sind so viele Spiele. Ich habe jetzt noch x vergessen, weil wir eigentlich immer eine Führung verspielt haben. Ja, ist unheimlich bitter. Freiburg. Und dann wärst du schon, hättest du über andere Sachen nachgedacht. Grundsätzlich stehen wir trotzdem noch im gesicherten Mittelfeld, weil unten halt wirklich die Mannschaften gefühlt kaum oder gar nicht punkten. Mit sieben Punkten Abstand auf die Relegation. Das wird auch nach dem Spieltag noch so sein, bin ich mir ziemlich sicher. Union hat ja noch ein Nachholspiel bei Bayern München, aber wir stehen im gesicherten Mittelfeld. Trotzdem ist schon auch noch Vorsicht geboten mit dem Blick nach unten. Du hast jetzt noch Frankfurt, du hast Stuttgart und wir wissen alle in der Rückrunde, fährst du auswärts zu Leipzig, Bayern, Leverkusen. Du hast aber auch die Heimspiele gegen Darmstadt, Augsburg und Bochum, die du gewinnen musst, ganz klar. Ja, wir gucken mal, was in Frankfurt geht. Grundsätzlich schwieriges Auswärtsspiel. Da müssen wir uns einfach überraschen, aber ich bleibe dabei. Die Qualität haben wir auch, um in Frankfurt zu punkten. Wir sind nicht bekannt dafür, auswärts zu punkten, aber ja, die Hoffnung stirbt einfach zuletzt. Und was fehlt Borussia aktuell? Ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Also wer das Interview von Wilkus nah am Spiel gehört hat, weiß, dass da Wintertransfers durchaus möglich sind. Ich glaube, dass die Personalie Wolf-Friedrich geklärt werden muss. Ich glaube, Friedrich, ja, man ist, glaube ich, Gladbach ist nicht zufrieden mit der Situation von Friedrich und er selber natürlich auch nicht, dass man da im Winter vielleicht was angeht. Wolf sowieso. Man muss gucken, was mit Manu Kunet wird. Itakura wird zum Asia Cup gehen. Player womöglich für Mali im Afrika Cup antreten. Wenn er mal die Möglichkeit hat, so ein Turnier zu spielen, kann man es ihm auch nicht verübeln. Ja, aber wo man es wirklich liegt, kann ich auch nicht sagen. Seohane war bei der PK sogar auch ein bisschen sprachlos. Ein bisschen sprachlos war er, weil er auch nicht weiß, warum wir so viele Gegentore bekommen. Ich meine, wir haben, wie viele Gegentore haben wir? Ja, damit sind wir fast die Schießbude der Liga. Und wenn du das hochrechnest, sind es knapp 80 Gegentore in der Saison. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Das muss sich ändern. Ja, wir haben eine junge Truppe. Aber grundsätzlich, wir haben ja qualitativ hochwertige Defensivspiele. Aber aktuell passt es halt einfach nicht. Und wir fressen zu viele Gegentore. Und daran muss gearbeitet werden. Ich weiß auch nicht, wo wir grundsätzlich nachlegen müssen. Klar, es ist halt bitter, dass unsere zwei Stürmer ausfallen und selten fit sind. Ob wir dann im Sturm noch was machen müssen oder in der Verteidigung. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Was jetzt in den Medien kam, war Fabio Silva. Dass wir da interessiert sind. Hoffnungvolles Talent, sage ich mal, in Anführungszeichen gewesen. Ist immer noch 21. Ist damals für 40 Millionen von Porto, glaube ich. Ja, zu Wolverhampton gewechselt. Konnte sich da aber nie durchsetzen. Da sind wir, wo in der Gerüchteküche, ob sowas machbar ist. Wie gesagt, Vertrag bis 2026, 15 Millionen Mark wert. Aber ja, spielt bei Wolverhampton eher eine untergeordnete Rolle. Hat auch noch keine Torvorbeteiligung. Ob das der Mann dann ist, der uns wirklich weiterhelfen kann. Weiß ich nicht. Und abschließend kommen wir natürlich noch zu einer sehr traurigen Nachricht. Am Freitag vor dem Spiel wurde es bekannt. Rolf Köttl ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das hat mit Sicherheit auch auf die Stimmung eingezahlt. Am Freitag, die ja erstens natürlich wegen dem DFL-Antrag bescheiden war. Im ganzen Stadion. Auch nach den zwölf Minuten, fand ich, ist der Funke nicht selten mal übergesprungen. Ja, und Rolf Köttl eine absolute Legende. Ich glaube, jeder kennt noch seinen Torruf. Ja, und das hat man auch Knippi vor dem Spiel angemerkt, dass er das sehr, sehr mitgenommen hat. Und ich finde, das hat man auch, also die Stimmung am Freitag war jetzt aus meiner Sicht nicht sonderlich überragend. Aber auch aus verständlichen Gründen. Natürlich wünschen wir ihm da, dass er in Frieden ruht und viel, viel Kraft an seine Familie. Damit geht eine Borussen-Legende definitiv. Und ja, jetzt würde ich sagen, nehmen wir noch die ganze Kraft zusammen für das Spiel gegen Frankfurt. Und dann feiern wir alle fröhliche Weihnachten. Es gibt wichtiges Aura-Fußball. Und jetzt macht's gut. Habt einen schönen Sonntag und ciao. Wir sind Borussia. Raute ist, was hier zählt. Das ist kein Check voller Leidenschaft. Für den besten Verein der Welt. Borussia ist Borussia. Raute ist, was hier zählt. Alle Gleichkeiten lieber. Den besten Verein der Welt. Oder lieber hier. Untertitelung des ZDF,